Ich habe Wissen gehabt, aber nicht vom Studium oder aus dem Buch. Ich wusste das mal, dass wenn die geboren werden, die Küken, dann kriegen dies und das und jedes. Jetzt muss man erst mal im Internet gucken, was kriegen die jungen Fasan, wenn die schlippen. Ab 1. September bin ich Rindner. Allerdings habe ich um vier Monate verlängert, aber werde ich trotzdem nicht arbeiten, weil ich habe immer Urlaub von zwei Jahren und 200 Überstunden. Wir können uns alle gar nicht vorstellen, dass du das hier verlassen willst. Will ich nicht! Wahrscheinlich ist das so, dass ich auch noch einen Minijob weitermachen, weißt du? Immer wenn so ein bisschen Mangel an Leuten ist oder gewisse Sachen, was nicht jeder machen darf und kann, dann würde ich mal anspringen. Dicke, komm! Guck! Na ja, komm! Ja, ne? Gewaltig!